Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, es ist höchste Zeit, dass wir uns bei Sexualstraftaten der Perspektive des Opfers nähen, dass wir das Opfer in den Zentrum auch rechtspolitischer Überlegungen stellen, weil bisher prüfen ja die Staatsanwaltschaften und die Gerichte, was hat das Opfer getan. Bisher muss das Opfer begründen, wie und warum es sich und mit welchen Überlegungen gewährt hat. Und die Sachverständige Frau Rabe vom Deutschen Institut für Menschenrechte hat in der Anhörung an die Notwendigkeit einer Normverdeutlichung erinnert. Unsere Gesellschaft hat es offensichtlich noch nicht verinnerlicht, dass im Zweifel, ob mein Pendant freiwillig kooperiert, sexuelle Kontakte schlicht zu unterlassen sind. Das ist das, worüber wir heute reden. Und deshalb stellen vor allen Dingen wir Abgeordnete heute klar, dass das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung unantastbar ist. Wer künftig eben gegen den erkennbaren Willen des Opfers sexuelle Handlungen am Opfer vornimmt, der wird bestraft. Und lieber Herr Fechner, glauben Sie es mir, eine Landesregierung, die vier Tage gar nichts bemerkt hat, das scheint mir jetzt nicht unbedingt etwas zu sein, worauf man stolz sein kann. Und lieber Herr Fechner, ein Justizminister, der 2014 sogar noch erklärt hat, er sehe gar keinen Handlungsbedarf bei der Änderung des Paragrafen 177. Auch da bin ich froh, dass wir Frauen, betone ich jetzt ausdrücklich, dass die Sache in die Hand genommen haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, hier war es ein persönliches Anliegen, dass Straftaten gegen Menschen mit Behinderung auch jetzt besser erfasst werden. Gerichte haben nämlich die sexuelle Nötigung und Vergewaltigung von Tatopfern mit geistiger Beeinträchtigung oft unzutreffend als sexuellen Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person verurteilt, obwohl das Opfer klar und deutlich eine Willensbildung gezeigt hat. Und das Schlimme daran ist, dass die Straftaten gegen Behinderte deshalb mit einer geringeren Strafe bisher geahndet wurden. Und deswegen stellen wir heute auch sicher, dass ich diese Praxis nicht mehr wiederholen kann. Und meine Damen und Herren, eine weitere Änderung freut mich. Wir bestrafen die Krabbscher. Es geht allerdings um Taten, die juristisch gesehen die Schwelle der sexuellen Erheblichkeit noch nicht erreichen. Aber natürlich das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Frauen erheblich verletzen. Und diese Würde, die da verletzt wird, dieses sexuelle Selbstbestimmungsrecht von uns Frauen, wird künftig deutlich besser geschützt. Bestraft wird, wer Frauen und auch Männer sexuell belästigt. Das heißt, wer einem Opfer zum Beispiel an die begleitete Brust fasst, wer es an den Geschlechtsorganen berührt, ohne dazu eingeladen zu sein. Das ist der springende Punkt. Und ich mache es ganz einfach. Grabschen ist kein Kavaliersdelikt. Grundsätzlich gilt Finger weg. Und meine Damen und Herren, liebe Frau Möhring, Frau Wachciniak, es kommt wie immer im Ausländerrecht auch beim Paragraf 177 auf das Strafmaß an. Auf das Strafmaß in diesem Fall kommt es an. Und ich sehe auch nicht, warum sexuelle Übergriffe weniger einschneidende Folgen haben, es sollen als andere Straftaten. Das müssten Sie mir mal im Privatissimum erklären. Zunehmend Probleme bereitet auch, das hat die Anhörung ergeben, der Oberstaatsanwalt Ohlenschläger hat es deutlich ausgeführt, die sexuellen Handlungen aus der Tätergruppe. Dazu wurde schon einiges korrekt gesagt. Stresssituation des Opfers, das Opfer als einziger Zeuge. Ich glaube, wir tun gut dran, dass künftig, wer eine Straftat fördert, wer gemeinsam mit anderen das Opfer bedrängt, sich strafbar macht. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will es auch noch einmal betonen, der Staat misst sich auch künftig nicht in das Liebesleben seiner Bürger ein. Was beiden gefällt, bleibt erlaubt. Bei der Sorge vor Falschanzeigen bleibt es selbstverständlich dabei, dass natürlich die Beweisführung im Strafrecht bei Sexualdelikten eine Herausforderung ist. Das haben die Sachverständigen so formuliert. Aber selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung weiterhin, selbstverständlich gilt der Rechtsumsatz im Zweifel für den Angeklagten. Und daran ändert sich auch nichts. Da braucht der eine oder andere keine Sorgen zu haben. Und ich will noch eins betonen am Ende der Rede. Als Vorsitzende der Gruppe der Unionsfrauen freut es mich ganz besonders, dass wir heute im Bundestag ein ganzes Paket Angesetzten zum Schutz vor sexueller Gewalt, vor allem gegen Frauen, verabschieden. Es wird heute noch um das Prostituierten-Schutzgesetz gehen, das die Menschen in der legalen Prostitution vor Gewaltausbeutung und Erniedrigung schützt. Wir haben es endlich geschafft, dass die Lage von Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden, die Opfer von Menschenhändlern sind, dass dort die Strafbarkeit erhöht wird, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Dazu gehören übrigens auch Freier. Frau Kollegin, Ihre Redezeit. Vielen Dank, liebe Frau Präsidentin, bei allen, die mitgewirkt haben. Wir Frauen haben für diesen Tag lange gekämpft. Vielen Dank, Frau Kollegin. So, ich sage es jetzt noch einmal und bitte die Kollegen und Kolleginnen, Platz zu nehmen und ihre Gespräche einzustellen. Sonst rufe ich nämlich den nächsten Redner nicht auf. Und dann kriegen Sie zumindest mit einem Großteil des Hauses Ärger, weil sich das dann fortsetzt. Jetzt diese Zeitverzögerung. Das gilt für Johannes Kahrs. Das gilt auch für die Seite rechts von uns. Ich sage es noch einmal. Setzen Sie sich jetzt bitte hin. Hören Sie dem nächsten Redner zu. Sonst eröffne ich diese Rede nicht. Zu dem es ein Redner ist, der soll ja mal sehen, wie es dem Bundestag zugeht, weil er kommt vom Bundesrat. Ich gebe das Wort dem Senator für Justiz und Verbraucherschutz, Thomas Hallmann aus Berlin, das Wort. Vielen Dank. Vielen Dank.